So, eben ist Robert Habeck vor die Kameras getreten und hat eine Warnung bzw. eine Prognose ausgesprochen, die ganz viele Energieexperten in Deutschland sprachlos macht. Wir werden uns gleich dieses Video, diese Aussage von Robert Habeck anschauen, aber ich kann jetzt schon einmal vorwegnehmen, was Robert Habeck dort verkündet hat, das lässt die Alarmglocken in Deutschland ganz, ganz laut läuten, weil die Energiesicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Und nein, sie haben sich gerade eben nicht verhört. Diese prekäre Situation, die ist gerade eben entstanden, die hat Robert Habeck verkündet. Und natürlich, wer hätte es gedacht, auch im Internet wird mit, ja, ich sag mal, mit einem gewissen Schock auf diese Nachricht reagiert. Zahlreiche AfD-Politiker haben sich bereits zu Wort gemeldet und sich zu dieser prekären aktuellen Lage geäußert. Und wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen dürfte, die meisten AfD-Politiker waren der Meinung, wir haben es ja gewusst, wir haben die ganze Zeit in der Vergangenheit vor Blackouts gewarnt und das könnte jetzt bittere Realität werden. Sie sehen also, die Meldungen überschlagen sich und Anlass dafür war ein Interview, welches Robert Habeck einem US-amerikanischen Fernsehsender gegeben hat. Und während er dieses Interview gegeben hat, da ist es ihm sozusagen rausgerutscht. Er hat den großen Fehler gemacht, etwas zu der aktuellen energiepolitischen Situation zu sagen. Und wir werden jetzt natürlich reinhören, was ist denn Robert Habeck da eigentlich rausgerutscht? Lassen Sie davor noch ein Abo da, unser Kanal wächst von Tag zu Tag. Wir sind fast 50.000 Abonnenten und jetzt schauen wir in dieses Video. Hier haben Sie es gerade eben gehört, Robert Habeck hat es zugegeben, die Situation, die Gassituation in Deutschland ist für den Winter nicht geregelt. Ich wiederhole, sie ist nicht geregelt, was eben bedeuten kann, wenn der Winter sich ungünstig entwickelt, dass hier ein gewaltiges Problem auftreten könnte. Und wann es zu solch einer brenzligen Situation kommt, das verrät Robert Habeck und das ist äußerst praktisch im weiteren Verlauf des Videos und das werden wir uns natürlich gleich auch anschauen. Letztendlich verrät er, wie lange Deutschland durchhalten kann mit den aktuellen Gasreserven und ich kann es jetzt schon vorweg nehmen, das Bild, welches er zeichnet, das ist äußerst düster und damit wird auch deutlich, warum so viele Experten regelrecht entsetzt reagiert haben. Und diese brenzlige Situation, was die Gasversorgung betrifft, die sorgt auch dafür, dass Robert Habeck ein weiteres Ziel einkassieren muss, welches er versprochen hat. Nach Expertenmeinung wird es auch keinen Kohlekraftausstieg bis zum Jahr 2030 geben. Das ist einfach nicht mehr realisierbar aufgrund dieser brenzligen Situation, in der wir uns befinden. Sie sehen also, es bricht alles irgendwo zusammen, alles kollabiert. Jetzt schreiben Sie doch mal Ihre Meinung in die Kommentarbox. Haben Sie persönlich das vorausgesehen? Haben Sie auch schon vorher diese kopflose Energiepolitik Robert Habecks kritisiert? Und wir schauen jetzt in dieses Video, wie viel Zeit gibt Robert Habeck noch? Wie lange werden die Gasreserven in Deutschland überhaupt diesen Winter halten? Die Gasreserven in Deutschland ist für drei Monate ein solches Winter. Und auch diese Aussage ist äußerst besorgniserregend. Er geht davon aus, dass die Gasreserven nur noch drei Monate halten werden. Natürlich könnte man jetzt argumentieren, wir sind im Februar, der Winter ist sozusagen schon zur Hälfte vorbei. Aber, und das muss man wirklich so sagen, zur Wahrheit gehört doch auch dazu, wenn es jetzt schlecht läuft und dieser Winter sich ungewöhnlich lange zieht, dass hier tatsächlich die Gefahr besteht, dass alles sozusagen uns um die Ohren fliegt. Daher würde ich sagen, es wird Zeit, dass Robert Habeck endlich zurücktritt und diese Energiepolitik jemanden überlässt, der davon Ahnung hat. Stimmen Sie mir hier zu, dann geben Sie dem Video doch einen Daumen nach oben. Und ich muss Sie darum bitten, verbreiten Sie dieses Video. Wir müssen dem Ganzen ein Ende setzen. Unsere Bewegung wächst von Tag zu Tag. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.